Herzlich Willkommen Freunde der anatomischen Präparation und in diesem Video zeigen wir ihnen wie werden das Berikard richtig eröffnet und sie beginnen damit indem sie sich etwas Platz schaffen also wir entfernen vorerst hier dieses präkardiale Fettgewebe damit sie zuerst einmal eine gute Übersicht über das Berikard haben das Berikard selbst kann man in mehreren Varianten eröffnen entweder sternförmig oder u-förmig wir werden ihnen heute die u-förmige Eröffnung zeigen und während ich hier noch das restliche Fettgewebe entferne dauert es nicht mehr lange sie werden sehen die Eröffnung selber ist relativ unkompliziert ist gar nicht schwer begrenzen sie einfach hier eben scharf am besten mit dem Messer das Berikard und hier zeige ich ihnen wo ungefähr eben der Schnitt verlaufen sollte am besten stechen sie einfach mit der Skapell ein aber achten sie dabei darauf dass sie dann sofort die Klinge genau andersrum halten wie ich sie jetzt gerade mache sie sehen bereits ich habe etwas in das Herz hinein geschnitten und ich werde jetzt dann gleich nach einem dankbaren Hinweis vom Kollegen Romet Hörmann eben der Skapell richtig halten rutsche hier etwas ab aber das macht nichts wichtig ist hier nur relativ zügig diesen Schnitt vorzusetzen und nicht zu viel zu ziehen damit sie eben keine ausgefransten Kanten eben produzieren das führen sie dann einfach fort so groß wie möglich denn der Vorteil einer u-förmigen Eröffnung liegt darin dass sie eben das Berikard vollständig nach oben klappen können und dann in weiterer Folge die Sinus Berikardi demonstrieren können da die Finger die ins Bild greifen werden sofort ermahnt dies zu unterlassen denn das stört eigentlich nur das Bild nun demonstrieren wir ihnen noch die Sinus Berikardi und zwar hier wir klappen das Berikard nach oben dann mit einer Hand sollte das Herz angehoben werden ich löse hier noch leichte Verklebungen zwischen Herz und Berikard und dann einfach am Einfass mit der linken Hand ganz tief rein damit sie eben den kompletten Sinus Obliquus Berikardi einsehen können und dann mit der rechten Hand stecken sie da einfach ihre Finger hinein das ist wichtig das sollten sie auch bei den mündlichen Prüfungen genauso machen sprich eine Hand hält das Herz nach oben die andere demonstriert den Sinus Obliquus Berikardi wir zeigen ihnen noch den zweiten großen Sinus und zwar den Sinus Transversus Berikardi auch hier machen sie das genauso einfach den Finger hineinstecken und damit demonstrieren sie den Prüfer oder der Prüferin eindeutig wie man eben diesen Sinus zeigt und damit sind wir auch bereits am Ende unseres kurzen Videos meine Wenigkeit Hannes Stofferin und der Kollege Romet Hörmann der heute brav die Kamera gehalten hat bedanken sich recht herzlich für ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal Tschüss Baba